Ach du hast ihn mir gegeben, hab ich das schon aber... Tänk, 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 Tänk! Leute, Tänk! Naja... Oh ii! Kommt doch nicht einmal hier, ey! Der ist ja schon tot! Oh ne, mich hab was angekotzt, Boomer! Na danke! Er hat einen Medi-Pick, der Spaggo! Er hat einen Medi-Pick! Er hat einen Medi-Pick! Ja, ich weiß! Ey, ein Zombie hat einen Medi-Pack immer! Aber sie ist immer... Bei der Welt ist mir das jetzt oft gefallen, weil ich hab einen gekillt, der hat irgendein Pack fallen lassen! Aber der hast du abgehalten, der Spaggo! Ja, der haut ab, den musst du halt killen und dann kriegst du halt einen... Medi-Pack! Ok, ich springe! Warte, halt! Na danke! Was ist denn los, wieso? Weg durch! Weißt du, wer was geworfen hatte? Ist hier oben was? Oh, shit! Ne, hier ist alles eingebrochen! Ne, hier ist alles eingebrochen! Oh, iiii! Hier ist überall scheiße! Es riecht zierlich wie zur Zeit an der Elbe, ey! Wie beim Hochwasser! Wie seid ihr da hochgekommen? Ach du... Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Wie viel die Leiter! Nein! Doch! Oh, nee, hä? Warte, hier ist ein Medi-Pack, das ist wichtiger! Okay, ich komm hoch! Okay, 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 wie sieht's aus? Hä-h-h-h-h-h-ha! He-h, he-h-ha, he-h-h! Halt er mich auf noch? Und jetzt... Oh, nee, ist das dumm? Weapons over here Ammo Ammo Ja ich meine das würde ich dir also empfehlen Ey ich hab Medipack Ja wir sind fast tot jetzt Ah keiner von euch Niemand Ich wollte mich nie heilen Ey was habt ihr gemacht Na hier das Tor Wir müssen da weiter Er stand immer weiter Immer weiter Immer weiter Na wo seid denn hier? Hallo Na was denn ich komme doch Oh no Oh fuck Was ist los hier Oh fuck LOL Ich hab ja einen MG Nee Ich sollte kein Problem darstellen Oh Gott Boah alle wieder aus dem Dunkeln rausgerannt Komm ey Joby Joby Hallo Ja Mensch ich Ja Junge Ja alter Kommt an Die Jung sind nicht zu leider Oh hier hier aus Segel Oh geil Allade Genau Das kann doch echt scheiße Loll lololololololol Ich hab nur ne Axt, ich hab nur ne Axt, ich hab nur ne Axt. Ich hab nur ne Axt, man hab nur ne Axt, man soralodiplayer. Gemeinschafts-Kappen in der Kanalisation! Oh Gott! Oh Gott, das war jetzt auch ganz, ganz, danke! Schmöcke, der haut vor mir ab, der hat Angst vor, Spocko! Schutzwagen! Ich freu mich aufs Wochenende! Es kommt am Montag, Junge! Es wird nicht! Da, ich komme! Yeah, we did it! Wie did it! Wie did it! Wie did it! Wie do it! Wie do it! Wie do it! So, da wir jetzt wieder in einer kurzen Pausephase sind, muss ich natürlich die Zeit tot schlagen und euch wieder natürlich weiterhin unterhalten, damit ihr ja dran bleibt an der ganzen Geschichte. Yo, wir haben das nächste Level jetzt wieder geschafft und jetzt geht es natürlich Hardcore weiter und ich hoffe auch, dass ihr das wirklich guckt und alles sowas, ey! Ich versuche mein Bestes, ehrlich, glaubt mir! Und ich weiß, ich war wieder mal richtig faul, was das Hochladen anging und alles, aber jetzt kommt das hier wirklich, ich verspreche es euch, ist ja klar, wir sind ja hier gerade mitten bei der Aufnahme. So, und das wird dann auch schön bearbeitet werden und dann geht es ganz normal weiter. Mit ein paar Schafel-Videos noch und ich hoffe, dass die PS4 jetzt bald mal dann raus ist und dann kann ich euch wieder mit ganz vielen Videos überschütten. So, gut, ähm, ja, wollten wir gerade was sagen? Nö, was? Wer wollte was sagen? Ich dachte, ihr irgendwas? Ich dachte, irgendeine Antwort von euch mal einen Gedanken rauslassen, so ein Furz oder sowas, der in den Klasse ist. Ja, ich war doch das! Hallo! Okay, das war jetzt echt gay, also, das war wieder eine Bereicherung für die ganze Gesellschaft hier. Schmelz! Häh, LOL! Das sind ja die vom ersten Teil! Coole Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen! Ach, nee, das hab ich schon mal alleine gespielt, ich glaub ich muss nur den Generator anschmeißen. Ach, nee, mit mir halt. Oh, das wird das schon mal gespielt. Ja, das ist mal kacke. Max, verlinkst du mich drinne? Ja, ich werd euch beide drinne verlinken. Okay. Guck mal, hier ist der Show-Dousen, auf jeden Fall. Oh. Okay, wir müssen jetzt erstmal wirklich ganz so schnell wie es geht die ganzen Kanister uns holen. Okay. Das wird scheiße. Hier, hier, hier. Ich kann hier meinen... Alter. So, los, eins von sechzen, jetzt geht's weiter hier. Bin doch schon lassen, ich. Und ich. Hab ihn. Oh. Oh. Das war gerade mit dem Arsch, der Map, ey. Was ist das, Mann? Ey, was haut der mit, ey? Warum hauen die Spackos hier mich? Reloading! Hey, ammo hier! Nice shooting! Aus, wir schaffen das! Immer weiter, Leute! Das ist immer weiter, Leute! We did it! Oh! We did it! Samo Reif! Power! Ja man, das Gute ist ja, dass sie uns da oben ja helfen. Ja, aber nur um den Sichtfeld. Also ich komm mit denen da. Irgendwo kommt sie auf den Tank. Aber ich weg den ja so. Ja, das war erst später. Ja, ist ja egal. Der Tank ist ja eigentlich bloß nur lästig und rennt eben bloß hinterher. Sonst macht der ja ohne Schlager. Nee, der Tank kloppt ihn weg und ist einfach scheiße. Ja, es geht schon, Alter. Es geht schon! Das willst du! Alles klar, wenn wir hier die linken Kanister rein finden. Zukunft will ich mir Munition klein, nie. Das jetzt läuft so ganz gut! Na klar, das wird doch weiterhin so gut laufen. Nee, jetzt kommt ein Tank. Nein, Tank, Tank, Tank. Tank, Tank, Tank. Boah, jetzt kommt der auf mich hier. Nee, doch nicht. Also ist hier bis jetzt noch kein Tank. Ja hier, was wir die ganze Zeit geballert haben. Bestimmen die auf Ameisen. Naja, dann... Lock den doch einfach hier her oder so. Hallo. Ja, okay, genau. Frank ist im gelben Bereich. Oh, ey. Oh, ey. Ja, warte. Hallo, ein Smoker auch noch hier. Nee, hä? Hallo. Ey, mach doch nur was. Ey, schieb doch einfach. Das sollte ich stehen. Frans ist auch schon fast tot. Oh, shit. Come on, come on. Und Max sagt schon. Hast du was zum Healen mit, Franz? Nee, ich hab nur ein Deckel gebraucht. Hier sind die Medi-Packs, hier sind die Medi-Packs. Los, komm mit, komm mit, komm mit. Wie kann ich sich denn heilen? Wie war das denn? Ach, du, bei mir. Klick. Ja, mach nix. Danke dir, Max. Ja, mach nix. Ey, ist gut, man. Ist gut, ist gut, Leute. Äh, ist für den Sechs noch mal bleiben. Genau jetzt. Los, komm! Wir schaffen das jetzt noch vier Stück. Ich hab einen in der Hand schon und bring den gerade hin. Deswegen noch vier Stück. Äh, okay. Oh, jetzt wirklich noch vier Stück. Los geht's. Oh, jetzt wirklich noch vier Stück. Los geht's. Der Älter ist fast tot, ne? Los geht's. 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 Danke. Vielen Dank. Ja, ich versuch mal den Krall. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, fuck, ein Tank. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ja, keine Angst, ich hab' einen Defibrillator nicht. Hey, Max, hey, Max. Wo ist der, Max? Na hier, bei dem Tank, hier. Das ist tot ist er nämlich. Ihr müsst den nur ein bissl hierher locken. Dann schießen die anderen hier auch mit drauf. Tja, mich kriegst du nicht, du kleine Drecks. Hore. Oh, ne, das wollte ich nicht sagen. Oh, ein Drecks, ey. Ich hab gesagt, dann Drecks und dann hab ich noch was mit H gesagt. Hore. Bitch. Biatch. Wie auch immer. Ich hab ihn verstanden. Ah ja, komm, lüge da nicht rum. Du hast es immer nicht verstanden, weil du nie zuhörst. Oh mein Gott! Oh. Nee, ich hab gesagt, komm, das schlug. Oh. Eins, nein. Oh mein Gott! HONTU! Nein, HONTU! Oh, der hat ein bisschen heil gesprungen. Oh, lol, wie so lecker ist das jetzt alles so, ja. Los, 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 los. Los, 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 los. Mach, mach, mach! Yeah! 6x16, die Brücke senkt sich! Oh, da hinten ist unser Auto! Oh, nee! Oh, nee! Das war ein Charger, ne? Ja, ja. Ja! Morgen gibt's mir Adrenalin! Tochter, hoch hin! Gut, jetzt! Go, Tochter! Lass eines zurück! Ja! Wir haben's geschafft! Ja, Fackelträger! Yeah, Fackelträger! Passing! Als er selbst, als Coach, als Rode, na ja ja! Unser Spielstatistik! Tja, ich bin nie außergefecht gewesen, ich hab zwei Mal außergefecht! Hahaha! Ja, auf mich sind ja die ganzen Joggies gekommen! Haha! Und ich hab auch nur 12 Verbrauchtsbahnzeuge und Schmerzmittel hab ich mir da für Oblus 2 reingeflohen! Ja, ich war hier halt schon der kleine Carry, Baby! Verbrauchte Behälter sind geil! Nahkampfkills! Ich hab die meisten Nahkampfkills! Naja, klar, du hast doch mit der Axt durchgeschnetzelt! Ja, und jetzt wird er mit dem Katana! Hahaha! Ja, das ist, das ist! Frank hat am meisten Schaden? Ne, doch! Hä, doch! Oh! Am wenigsten Verbündete getroffen, ich! Das schützt Alice 24 mal! Ja, der halt laufend, ey! Das ist so eine kranke Sache! Genauigkeit! Oh, 15 mal! Oh, der wollte mich immer irgendwie hier heilen, aber hat ihn nie gemacht! Der Spacko! Boah, Alter! 902 Zombies haben wir gekillt, man! So, naja, gut! Ähm, da die anderen sich jetzt nicht so wirklich verabschieden können, würde ich... Bin auf Klo! Ja! Würde ich mal meinen, dass ich mich jetzt mal von euch hier verabschiede! Ich danke euch fürs Zusehen und hoffe auch, dass es euch natürlich weiterhin Spaß macht mir zuzugucken, wie ich oder beziehungsweise wie wir hier noch weitere Folgen aufnehmen werden! Beziehungsweise mal gucken, was ich denn als nächstes spielen könnte! Vielleicht mache ich einen Diablos aus! Ich würde so gerne Bioshock weitermachen, aber das musste ich ja leider einstellen, das Projekt! Aus dem Grund, weil mein Cousin das natürlich wiederhaben wollte! Naja, okay! Äh, ich kann doch mal gucken, aber... Naja, sieht ein bisschen schlecht aus, würde ich mal jetzt meinen! Na gut, ist ja auch wie gesagt, ist das mir egal! Ich sag hiermit Tschüss! Habt noch viel Spaß auf YouTube, auf meinem Kanal und so weiter! Guckt euch meine anderen Videos an! Bietet mir Vorschläge, kommentiert bitte fleißig! Und dann, bis zum nächsten Mal! How the night! Yeah!